Design Design ist ja die Symbiose von Kopf und Bauch. Design ist ja die Symbiose von Kopf und Bauch und Bauch und Bauch. Design ist ja die Symbiose von Kopf und Bauch und Bauch. Design ist ja die Symbiose von Kopf und Bauch und Bauch und Bauch und Bauch und Bauch und Bauch und Bauch.